So, guten Morgen zusammen. Heute ist ja der erste Mai. Ihr seht schon, Fortnite Crew Belohnung kommt bei mir natürlich direkt, weil ich das Ganze abonniert habe am PC. Deshalb bekomme ich es halt wirklich direkt, wenn ich mich einlogge. Ihr seht schon einmal der Dymo Skin, aber nur hier wird jetzt nur die eine Variante angezeigt. Aber die werden wir uns natürlich gleich im Spind auch noch angucken. Dann haben wir hier Schneide des Lights. Das sieht auch nice aus. Dann die Spitzhacke. Ich kann mal hören. Ja gut, Spitzhacke, normaler Sound. Dann haben wir dazu noch die Tarnung Echo der Verdammnis. Dann noch den Ladebildschirm. Ja gut, der sieht jetzt nicht so besonders aus. Dann bin ich mal gespannt, ob ich vielleicht ein wenig Bonus bekomme, dafür, dass ich Rette die Welt schon habe. Aber ihr seht, so habe ich nochmal Zugriff auf Rette die Welt. Ich hoffe nur nicht, dass das jetzt bedeutet, dass meine V-Box-Missionen weg sind, dann werde ich mich böse. So, dann das weitere im Paket. Was soll das sein? Hä? Weil der Skin ist doch schon hier vorne. Was soll das hier sein? Kommt mir gar nicht drauf klar. So, dann rüsten wir erstmal das Ganze aus. Gucken uns das nochmal im Spind an. Interessiert mich nämlich gerade selber. Gut, das ist wahrscheinlich schon ein Anzeigefehler. Also, so sieht der Skin nochmal in... Na gut, der Skin an sich ist ziemlich schlank. Aber er hat auf jeden Fall was. So, jetzt gucken wir nochmal gerade genau, was wir gekriegt haben. Das ist nämlich dann wirklich einmal die Pickaxe, einmal Rückenaccessoire. Und dann hat der Skin ja noch eine andere Variante. Oh, drei Varianten. Okay, einmal in grün. Und dann nochmal. Oha. Die Variante ist ja schon wieder ein bisschen episch, ne? Das hatten wir ja schon in blauem Schleier. Jetzt haben wir das Ganze aber nochmal in blauem Schleier. Hatten wir es. Jetzt haben wir es in grünem Schleier. Sieht auch nice aus. Wie gesagt, die Stile gibt es dann genauso nochmal. Und nochmal, warte mal, kurz gucken. Ja doch, die Stile ziehen sich durch, durch Rückenaccessoire und auch durch den Skin durch. Das ist so. Was haben wir noch Neues? Zack, 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 zack. Und dann auch die Pickaxe. Warte mal, kann man da auch den Stile... Tatsächlich. Was ist hier der Unterschied? Standard, Schlag des Lights. Ah, jetzt verstehe ich das eine. Das sind, glaube ich, zwei Handpickaxe. Und, beziehungsweise das hier ist die kurze Variante mit kurzem Griff. Und das ist mit langem Griff. So, das gibt es auch nochmal in allen drei Farben, in Anführungszeichen. Ah, hier, das sieht schon geil aus. Ich bin halt echt mal gespannt, wie das Ganze ingame aussieht. Aber, ich will euch natürlich nicht weiter auf die Folter spannen. In dem Sinne würde ich sagen, das war einfach nur das Group-Paket. Wer noch kein Spotify oder so hat, kann sich das Ganze natürlich auch noch besorgen damit. Und in dem Sinne würde ich sagen, euch noch viel Spaß beim Leveln. Und, haut rein. Und, ich sag's nochmal, sorry. Aber, ich bin gerade erst aufgestanden. Ich wollte eigentlich ganz entspannt ein Top-Video aufnehmen. Aber, dann sehe ich nicht die Sachen so wie jetzt. Also, kurzes Sorry. Und, in dem Sinne, euch noch wirklich viel Spaß. Und, haut rein.